Elisabeth von Gabriel Prokofiev, eine Oberführung am Theater Regensburg. Das Herausfordernde an dem Projekt und das wirklich Spannende daran war, dass Gabriel Prokofiev einen langen Weg gegangen ist, über zum einen klassische Komposition, zum anderen aber elektronische Musik. Und in der Oper wird es auch so sein, dass wir mit einem klassischen Orchesterapparat richtig klassisch im Orchestergraben arbeiten, aber auch live eingespielte Elektronik haben und die Klänge sich vermischen. Und das fand ich für einen heutigen Weg in Europa anzugehen sehr, sehr spannend. Also eine Interaktion zwischen elektronischen klassischen Medien, auch auf der Bühne, nicht nur im Orchester. Musik Schöne, Schöne, Schöne! Schöne, Schöne!